Hallöchen und willkommen zurück zum CLP. Heute haben wir mit dabei den Soraguar. Servus. Den D-D-D-Haut-Dich. Hallo. Und den Frecky. Freizeit. So, wir sind mittlerweile in den Talador angekommen und da bauen wir jetzt erstmal aus. Ich wäre für den Artillerieturm. Ja. Werden wir denn? Weil der Artillerieschlag, der ist nicht verkehrt. Ja, der ist cool. So, und dann melden wir uns nebenbei für den Stuntz an, oder? Ja. Können wir gerne. Nee. Bewohner von Vorwrin. Unser Kommandant hat ein neues Gebäude abgeschlossen. Jetzt heißt es, alle am gleichen Strang ziehen, damit die Produktion auf volle Fahrt aufnehmen kann. Ihr könnt jetzt sicher übernehmen. Gut gemacht. Und wo soll ich mit dem Labern? Draußen. Warte, ich stehe vor der Tür? Ja. Ja. Ihr möchtet mit Arit sprechen? Tut mir leid, Arit seine Ruhe, dass ich im Leben stehe und weine. Zeig mir, dass das Arsenal von euch. Wir sehen nur hin und her hier. Oben dieser Ra-Mob ist auch da. Den Sonnen jetzt kurz mit dem anderen nochmal. Welcher Ra-Mob? Der Doktor Dingsbums? Ja. Ja, der Doktor Mist. Hä? Was sieht jetzt noch aus? Trefft uns beim Außenposten-Sternfall. Sprecht mit Erzmagierin, Erzmagier Katka. Was? Nee, das ist falsch. Das ist die verkehrte. Das hier. Äh, trefft euch mit Mial beim Arsenal. Ach, hier. So. Was sagt die Warteschlange eine Minute? Sind wir schon drüber. Ja. Dann geht es. Hopp. Wohin? Fangen wir einfach hier beim Gasräuber an. Ist ja eh wieder alles auf einem Fleckchen. Jo. Ich denke mal, wir müssen da rein. Jawohl. Tötet ihr da hinten schon? Oh ja, klar. Achso, ich wollte jetzt in die Höhle runter. Ähm. So. Ja, wir müssen da rein. Aber hier außen gibt es die Gasproben. Was müssen wir da machen? Die Sekunden töten. Das ist zu weit entfernt. Ach, töten oder? Dann müssen wir irgendwie gehen. Ja, die haben das Erzeug. Dann müssen wir das Alteam benutzen. Genau diesen... Äh, Gasextraktor. Ich habe kein... Keine Vergriffen. Arkinon Porras. Ich muss näher ran. Ach, der hat ein Gas da hinten. Das zählt für alle. Das ist schon mal gut. Ich habe kein Ziel. Ach, die Verschlinger haben das auch. Das ist ja angenehm. Einer, was müssen wir in der Höhle dann machen? Irgendwas anderes töten wahrscheinlich. Bestimmt. Töten und sammeln. Was man immer so macht. Habe ich das Ding hier schon? Ja. Müssen wir mit denen hier quatschen? Oder was ist mit denen? Möge das Licht euch umarmen. Hat der Gas? Nein. Ja, dann töten wir die in der Höhle. Weil die Questi geht auch nach innen weiter. Ja. Ach, die müssen wir auch töten. Ach, was. Und sammeln. Zelt die für jeden? Nee, muss jeder separat sammeln. Und diese grünen Brocken auch. Ja. Ich muss näher ran. Ach, guck mal. Da sind noch mal zwei Gas-Typies. Ja. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wieso muss man sich die anvisieren? Scheiße. Oh, jetzt haben sie sich aufgelöst. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ach, die roten. Die roten haben das gar nicht. Ich brauche ein Ziel. Das ist natürlich doof. Das ist zu weit entfernt. Ich brauche ein Ziel. Könnte man hier nicht hin... Ach nee, es war bestimmt eine andere Höhle, wo man das Haus-Tier bekam. Ich habe kein Ziel. Wasch mit deinem Haus-Tier. Ähm, in irgendeiner Höhle gab es hier so ein Welpen. Als Haustier. Ich brauche ein Ziel. Schauen wir mal. So, es gab wenigstens ein paar... Ich kann das nicht angeifen. Die roten, nicht die roten. Nicht da oben hin. Da kann man hochlaufen. Nein, nicht schlecht. Ich bin außer Reichweite. Ich gehe hier nochmal eben im Kreis rum, wegen der komischen Dinger hier. So, die Wartezeit hat sich auf zwei Minuten erhöht. Ja, das hängt an den Wänden. So, also von dem Zeug habe ich jetzt alle. Ja, ich auch. Ach, ich brauche nur noch grünes. Ja, da können wir zur Not auch hochlaufen. Ach ja, wie schaut's denn bei euch levelmäßig aus? Das heißt, ich habe jetzt 63% von, äh, vom Wettbewerb. Ich hatte 27. Ich hatte 77. Da bist du ja schon bald, äh, 96. Nicht, dass du irgendwann nicht mehr mit uns in die Instanzen darfst, weil du zu hoch bist. Ja, das wäre doch, ja. Ich habe kein Ziel. Höchstens was von dem Zeug ausziehen. War ja ja auch doof. Was denn? Da könnte ich höchstens was von dem Account-Zeug ausziehen, aber das wäre ja auch doof. Veredeltes Iridium-Band gibt's hier hinten. Ah ja, stimmt. Was ist denn das für ein Ding? Oh, ich nehme kürzes Erz mit, Moment. Ja, danke. Scheiß Dämonenjäger. Regenommen. Ja. Du hast doch einen Finger für die Jäger. Ja. Und die Leute ja auch. So, dann gehen wir halt wieder nach unten, weil hier oben gibt's das Zeug anscheinend nicht. Doch, aber ist auch nicht viel. Wofür brauchst du noch? Muss ich mal gucken. Ich schau mal ins Wasser, vielleicht gibt's da noch was. Ich könnte hier mal angeln in der Zeit. Hier unten gibt es nichts. Jetzt ist es vier Minuten, wir warten aber schon zehn. Ja. Haben die Tanks wieder keine Lust? Man muss sich nur beschweren, ne? Ja. Und Eisendocks. Ja. Und Eisendocks. Keine Quests, ist ja schade. Gott, hier gibt's dort keine Quests mehr in den... Bei den Neuen gar nicht? Ja. Ist ja schade. So, was mit Mönch-Tanks passiert, hat man ja zuletzt im Dings gesehen. Ja, vielleicht kann er's. Obwohl, Time-Broker ist ja auch nochmal was anderes. Ich brauche ein Ziel. Soll ich den Priester angreifen? Nein. 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 Das geht nicht. Es wäre ungünstig, sagen wir so. Boah. Wer weiß, dass da eine Patrouille kommt? Nein. Oh, verdammt. Ich habe kein Ziel. Boah. Ein zuviel angeschossen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, ich brauche ein Ziel. Lass mich frei. Ein Schuss Eintreffer! Ja, geht doch halbwegs. Wird das, dass das jetzt... Wie viele? Drei Gruppen waren. Sorago, hast du auch den Freudentaumel? Weiß ich jetzt gar nicht. Da kannst du dich so in kritischen Situationen mal kurz selber hochheilen. Ja, was jetzt? Macht der jetzt alle oder nicht? Ah komm, mach die mit. Ne, aber bis jetzt was. Das Summen unserer Pfeiler wird das letzte Geräusch sein, das ihr hört. Während ich euren Schädel zermalbe. Ey, runter von hier. Ein Tod, der eines Kriegers würdigt. Hütte was. Mal schön rausgehen aus den Pfeilen. Nicht, dass er auf einmal in irgendeinem Blick in der Mopskruppe läuft, das wäre auch ungünstig. Das ist doch gut denkst. Ja Das ist doch gut denkst. das ist der letzte und so wie ich komme nach Schwarz-Rust wird uns hinrichten, wenn wir mit leeren Händen auftauchen! Lass der Durchschnitt! Weil der jetzt auch noch mal aufgemontet hat, aber ich dachte, der läuft nicht! In seinen Adern fliegt das Blut eines Champions! Diese armseligen Hunde! Hör mal mich nicht! Ach ne, macht er nicht! Egal! Kannst du Spott ausstellen? Hast du Knurren an Sorakon? Ja! Schau mal, mach's aus! Stimmt, das kann sein! Wer fährt mir die Kugeln? Ach, das ist egal, einfach rein und los schicken! Mach dir mal! Oh, das gibt ja jetzt EP, das ist ja cool! Oh, einer hat's überlebt! Da liegt Lut, Frecky! Oh, wo? Mitten drin! Na, diesmal nicht! Geben wir hinterher nochmal! Ja, auf den Rückweg dann! Genau! Wir bereitet Skullag vor! Gebt ihnen eine Kostenprobe seiner Fähigkeit! Schünde die Kanonen, Kapitän! Ich habe kein Ziel! Patrouille im Anmarsch? Ach ne, ich kriege wieder! Hier geht's ja! Ich brauche ein Ziel! Ich brauche ein Ziel! Ich brauche ein Ziel! Oh, ich brauche! Ich brauche ein Ziel! Ich brauche ein Ziel! Ich brauche ein Ziel! sollen eigentlich mit legion noch mehr grafik updates kommen ich glaube das soll ja nach und nach jetzt also einige waren ja jetzt schon dabei naja manche manche zauber und skills schauen jetzt viel besser aus er hatte auch bei tieren und irgendwelchen morts habe ich gefunden ich habe kein ziel ich habe kein ziel Was ist los mit euch? Feuert weiter! Kapitän! Wir haben keine Konsequenzen! Ich schlage es schon nach! Wir schaffen es nie über die Schienen! Matok, Ariok, nach vorn! Es gibt neues Fleisch, das ihr Weichkopf... Welchen zuerst? Oh, den ganz linken. Ariok. Ja, genau. Ich weiß, macht er auf NHC auch das Ding, wo man keinen Schaden auf ihn machen darf? Äh, puh, das weiß ich nicht. Diese Sphäre, glaube ich. Hm. Aber normalerweise DBM müsste es ja dann sagen. 4, 3, 2, 1... ZERSTEHREN! Ihr tretet besser zurück! Ich rufe den Bambi! Nicht auf mich! Verdammt! Bütet euch! Bütet euch! Bütet euch! Neeeein! Ich brauche ein Geist! Niemand soll meine Macht besitzen! 4, 3, 2, 1... ZERSTEHREN! Und wie ist das Heinen so, Frecky? Wie? Wie ist das Heinen so? Ist okay. Ist okay. Ja, also das ist irgendein Vergleich zu sein. Die Hälfte unserer Truppen sind tot! Meint ihr nicht, die wir sollten? Unerhebliche Verluste! Lasst sie sich an unseren schwachen Müde kämpfen! Und ich denke mal da wird ein ganz großer Knackpunkt auch sein, dass du halt da noch nicht alle Talente hast, ne? Und trotzdem runterskaliert wirst. Ja. Zogger! 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 Etwas anderes versteh, rauch's nicht! Oh! Schlau, Herr Kutte! Deswegen will ich hier... Äh... Zieh nenn ich verwerben! Weil ich schlau bin! Hehehe! Über die Ohren! Jupp! Nö, ist nicht scheutbar! Der ist schon er! Echter! Unterschiedlich! Handwerksmeister! 375! Jetzt muss ich dann wieder zum Lehrer! Das heißt, der Sorakor kann jetzt alles kirschnauen! Oder ihr baut euch die Hütte in die Garnison, dann ist es egal! Das hab ich schon! Ach ne, die ist in der Produktion gerade erst noch! Kapitän! Sie sind fast hier! Was machen wir jetzt? Ich habe diese Spielchen satt! Lass den Sabern frei! Und wenn die freigeschalten ist, dann habe ich kein... Muss ich nicht mehr zum Lehrer oder wie? Ne! Jetzt bin ich noch bis zu 789! Ich glaube, es wurde länger nicht gefüllt als... Vielleicht hilft dein Macher! Gute Idee! Ich meinte für euch! Ich weiß nicht, ich hab da nie drauf geachtet mit dem Garnisons Gedöns! Ich hab das immer während des Levels gemacht und war bevor ich Endlevel hatte dann schon mit meinen Berufen durch! Ich weiß nicht mehr genau! Nein! Ach ja! Wir sind eigentlich doch relativ schnell hier durch! Wenn du guckst, jetzt haben wir den und den anderen Boss noch und dann war es das schon wieder! Nur nicht mal eine ganze Tasse Teer hat das... äh... hat dafür gereicht! Zerstörung! Ich bin außer Reichweite! So! Gib mir loot! natürlich nicht blauer streitkolben wie könnt ihr es wagen in meinen hafen einzumarschieren und fuß auf mein schiff zu setzen obwohl die kanone glaube ich käse kanon kann man ja gar nicht angreifen aber der schleudert hier auf einer c1 auch zurück naja wenn wir vorher nicht runterfliegen ich muss näher an volltreffer nennt sich das dass meine meine geschwindigkeit erhöht wird den habe ich das letzte mal total gesucht und wusste nicht wo ich den hingepackt glaube ich stehe gleich raus dass jetzt gleich das bildquatsch stehen oje na dann warten wir sie hat 400 gold wert 4 ach so viele ja so jetzt erst mal instanz gruppe verlassen ja wir warten kein thema wir sind zusammen reingegangen also gehen wir auch zusammen wieder raus so die die haut dich und sodago wie schaut es bei euch level mäßig aus 60 73 ok freki ist offline ja nur kein schluss ich glaube ich habe jetzt alle von diesen grünen dingern weil wir werden keine mehr angezeigt ja ich habe schon lange ich habe kein ziel welche grünen dinge die von der wand was zusammen muss ach so ja drachentöter wie bekommt man den titel denn warte äh titel drachentöter ach ne die werden ja nicht angezeigt mist wer ist ein drachentöter einer da drin ne äh der dämonenjäger der kommt vom deutschen ritterorden ist das ein eingetragener verein so gibt es einen titel der noch länger ist ne der ist kürzer ja wahrscheinlich musst du mich in die grotte einladen jetzt nochmal ne du bist noch drin ich bin noch drin so muss jetzt einer hier noch was sammeln nö gut dann äh raus nein flieht ihr dann was habe ich denn hier bekommen handgeläht oh gleich anziehen die sind gut so wenn wir die quest abgeben vielleicht langt sie ja bei euch für ein level ab dann können wir was ist das denn übelpustel ein todesritter der hat jetzt monstrositäten als begleiter das ist ja cool so taxi ach ja stimmt so so und ob man es glaubt oder nicht die erste halbe stunde die ist jetzt dann auch schon wieder rum hey geht ja wieder ratze fatze dann würde ich sagen machen wir hier dann einfach nächste woche weiter bis dahin äh OCüz tschüss tschüss xix Tschüss